Und herzlich willkommen zurück. Wir haben hier noch ordentlich zu tun, ne? Zu einer weiteren Folge. Wir haben übrigens zum Ende der letzten kam dann noch so eine Nebenmission, äh so eine neue Hauptmission reingetropft. Oh. Ich drücke nach oben. Er läuft nach links. Das ist so, ja. Oben ist oben bei mir. Fertig. So. Wir müssen aber vorher, möchte ich, mich um den Scheiß hier kümmern. Auch wenn ich es nicht so gerne mache, aber die müssen weg. Da kann man auch rauf. Cool. Da steht ein Auto drauf. Wenn das ein Nest ist, sehe ich lieber mal nach. Wo ist das Herz des Nests? Das Auto muss hier weg. Das ist doch schon erledigt, Miles. Na nun geh ran. Hier holen wir uns erst, sonst vergesse ich das nachher. Kenn mich doch. Hier ist nur eins. Das Auto muss hier weg. Ja, warum? Ich finde das praktisch, das Auto. Warum geht, äh, der Triggerpunkt, der muss auch weg, ne? Die sind überbewertet. Ich nicht. Cool. Wettbewerb! Wettbewerb! Oh, oh, oh. Ihr greift alle an, außer die, die ihn er soll, ne? Oh. Ach, ich hab keine mehr. Ah, wir haben wieder einen. Gut. Warum dreht die Kamera da hin? Oh, sorry. Damit schütze ich ein bisschen das, das Erd oder das Stachelei. Okay. Da sind noch welche, guck. Die kann man aber nicht mehr einsammeln hier. Was ist das hier? Zwei Heldenmarkt. Toll. Wir können dann eigentlich davon nur noch Anzüge kaufen. Also, das sind nur noch Symbionten-Nester. Ja, ist ein bisschen nicht so sehr einfallsreich, aber wie gesagt. Ich mach das natürlich. Mach, natürlich machen wir das alles. Ich mach immer alles. Nein. Ich mach nie immer alles. Um Gottes Willen. Noch ein Nest. Ja. Ich flipp noch aus. Ja, ich, das stimmt. Die Kontrolle, Pete. Du schaffst das. Das nützt ja gar nichts hier. Verscheuße. Oh, Mann, ey. Oh, das ist doch eine Kacke hier. Oh, meine Fresse. Diese Spielmechanik. Warum dreht er so zur Seite? Ich seh den Gegner nicht. Keine Zentrierung, gar nichts kriegen sie. Oh, Mann. Ich geh kaputt. Oh, Mann. Die letzten Sekunden. Es geht nix. Oh. Nein, endlich. Ja. Oh. Geht denn der Öf auch weg? Von alleine? Der schleimige Schleim? Schallstrohs, Integrität, Dings da, oh Gott. 30% hatte ich noch. Geht es jetzt da mal weg da oben? Ich weiß nicht, ob ich jetzt Schnellreise machen kann. Wir werden es ausprobieren. Es geht. Gott sei Dank. Ah, nun los hier. Ach da. Geh hier mal auf. Ach, hab ich. Ich muss dies veranhalten. Und es bewegt sich wieder. Es scheint auf dem Dach zu sein. Oh Gott. Das war's für heute. Wo ist das Nest? Hä? Äh, das war der Angriff. Achso, sorry. Ich hab da jetzt drauf geachtet. Glaubt mir, in ein paar Sekunden fühlt ihr euch besser. Es ist hin und her, Gehüpfe. Man ist an einem Gegner dran und dann springt er zu ganz anderen. Na, endlich. Aber wir haben es gleich geschafft, glaube ich, ne? Wo ist denn jetzt noch eins? Da hinten. Da. Das müsste das letzte sein, ne? Die Karte, guck mal. Ah, das ist... Nee, sorry. Langsam ist ein Scheiß dagegen. Bitte. Ihr seid in Sicherheit. Atmet kurz durch und dann geht rein. So, dann wollen wir mal hier hin. Wie die Flasche genau da hingestellt, wo die Zeit ist. Noch ein Nest. Das letzte war schon übel. Hallo? Jemand hier? Das ist... Blackheads als das Versteck. Okay, machen wir mal Lärm. Ach, hab ich nicht. Diese Dinger sind stark. Ich muss stärker sein. Ich bin egal. Ich bin die Flasche. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich bin egal. Ich will die einspinnen und an die Wand waffen, aber das klappt nicht immer. Der ist nicht aufgeladen. Der ist nicht aufgeladen. Der ist nicht aufgeladen. Der ist nicht aufgeladen. Sorry für's Geschimpfe. Endlich geht noch was. Keine Gute. Wenn er zu doll unter Bedrängnis ist, kann man von den ganzen Sachen gar nichts. Schädlingsbekämpfer. Aha. Gibt's hier keinen. Einen Anzug gibt's. Das da, das X steht immer, X2 steht immer für zwei Heldenmarken. Anzüge. Miles hat noch fünf. Ich fang mal oben an. Ja, oh, wir haben ordentlich Marken. Aber mal gucken, ob es klappt. Zwei, sagt er noch. Welcher fehlt denn jetzt noch? Miles, bei Miles sind noch zwei. Ach hier, da hab ich noch nicht verbessert. So, und dann kriegst du wieder den hier. So, und dann gucken... Den gucken wir noch bei Peter. Mein Gestöhne betraf mich selbst. Hier. Den haben wir noch nicht. Der ist noch gesperrt. Der Anzug fehlt mir noch. Sonst hab ich hier alles. Gut. Wir haben hier nur noch die Hauptmission. Die heißt, es hängt alles zusammen. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht versuchen sie jetzt auf diese Art und Weise alles zusammenzuführen. Die ganzen Missionen hier, äh, die ganzen Geschichten, die es sind da. Das ist das letzte Nest. Es wird Zeit, dass die Stadt zur Ruhe kommt. Das war... Noch ein Nest. Ich hab's rausgeschnitten. Ist doch wahr. Drückst auf die scheiß Taste und... Und wenn ich... Wenn ich das, äh, wische, so wie das da steht, dann funktioniert gar nichts. Das hab ich auch schon oft gehabt. Also einfach da links wischen kann ich. Ich benutze Smartphones schon... Also mich haben die Leute damals ausgelacht. Die... Jetzt hat jeder so'n Scheiß. Ich seh gar nicht durch hier. Er hat's gemacht und jetzt ist hier nix. Braucht gar nicht jetzt für so. Ja. Ich hab' mich schon gefragt, ob das noch schwerer werden kann. Jetzt dreht er wieder weg. Das war nicht ich. Ich... Ich hab' keinen Bock mehr. Das macht echt keinen Spaß. Das macht echt keinen Spaß. Ich hab' mich jetzt rechnen. Hab' ich hier was übergestellt? Nö. Bereit aufzugeben? Ich hatte aus Versehen gemutet, aber das müsste er doch eigentlich... anzeigen. Naja gut. Macht er nicht mehr. Spider-Man, Blut! Ah, das schmeckt furchtbar! Holt mich... Das sollte er machen. Ich versteh es nicht. Ist die Steuerung überfordert, wenn zu viele Gegner sind? Nee, ich bin überfordert. Garantiert. Jetzt habe ich ja die ganzen Sachen hier vergeigt. Jetzt hole ich mir noch die Truhe. Ich kapiere sowas nicht. Nein, ist mir zu hoch. Na nun. Wo ist denn jetzt? Da. Ich mache jetzt gar nichts anderes mehr. Macht ja keinen Sinn hier. Außer es kommt noch eine goldene Truhe. Dann werde ich schwach. Obwohl ich die Teile auch nicht mehr brauche. Ist ja alles geskillt. Norman, was machst du? Bitte. Gib mir meinen Sohn zurück. Wir sind dein Sohn. Wir sind gesund. Stark. Das war, was du wolltest. Ja. Oder nee? Stopp, Harry! Wir können dir helfen! Wo ist der Recht davon? Ich... Bitte nicht! Was hat er mit dem Ding vor? Das werden wir gleich herausfinden. Du musst wissen. Harry gibt's nicht mehr. Wird uns im Björnsen perfekt verschmolzen. Ich werde ihn noch retten. Das ist unmöglich. Aber du kannst den Symbionten noch stoppen. Wie? Indem du den Wirt trötest. Bitte. Rette meinen Jungen. Ja. Jetzt wird's wieder warm hier drin. Ich hätte mir meinen Lüfter anmachen sollen. Naja, egal. Sonst mache ich noch ein kurzes Stöppchen, bevor ich hier heiß laufe. Ja, das will er. Wo ist Miles eigentlich? Spielt ihr nicht mehr mit? Wir haben zwei Spider-Man. Wo ist der zweite? Da kriechen welche rum? Ich weiß, dass du gerade dasselbe siehst wie ich. Viele New Yorker werden von diesen Dingern attackiert. Bin dran. Passen Sie auf sich auf. Er hat nur diesen Meteoriten gebraucht. Jetzt kann er die Welt heilen. Das haben wir nicht gewollt. Gut, ich bin gleich wieder da. Ich mache mir mal die Lüfter an. Das sieht nach sehr viel Action aus. Bis gleich. Bis gleich.